Ich bin Andrea, ich bin 22 Jahre alt und studiere Umweltwissenschaften und Technologie. Warum gerade dieser Studiengang, kann ich ganz einfach sagen. Die Naturwissenschaft in einem alltagsrelevanten Rahmen und Schnittstelle zwischen der Forschung und der Technik ist genau das, was mich angesprochen hat. Ich bin Fan vom breitgefächerten Studium. Wir lernen alles über die Funktion der Abwasserreinigungs- und Aufbereitungsanlagen, die Eigenschaft der Schadstoffe und den Auswirkungen auf die Umwelt oder auch die Rückgewinnung von wertvollen Rohstoffen. Ich würde gerne noch ein Auslandssemester machen, weil das an der Hochschule für Life Sciences ebenfalls möglich ist. Auf unsere gemeinsame Pause freue ich mich immer mega. Für das habe ich extra einen Wasserkocher im Kästchen, wo ich uns auch ab und zu mal einen Tee mache. Weil wir in kleinen Klassen unterwegs sind, ermöglicht uns das einen unkomplizierten Umgang mit den Dozierenden. Natürlich ist es während der Prüfungsphase stressiger, aber in dieser Zeit versuche ich, die Schule wirklich dann am Campus zu lassen, so dass, wenn ich nach Hause in die Wege komme, mich entspannen kann. Mein Traum ist ganz realistisch. Ich werde später mal eine Arbeit finden, die mir sinnvoll erscheint. Das Studium öffnet uns dabei so viele Türen, da haben wir schon fast die Qual der Wahl. INTERSTIT TÜR DER B SESIEGEN DER B SESIEGEN Intro Vielen Dank.